Willkommen im Wolkenland! Danke, danke! Mein Name ist Greg. Wer seid ihr? Hier bei uns im Wolkenland sind wir als Empfangskomitee bekannt und wir sind alle sehr auf dich gespannt. Oh wow, toll! Und wir sind im Wolkenland als Vertretungskomitee bekannt. Auch wir sind alle sehr auf dich gespannt. Danke sehr! Giraffe, Affe, Nielpferd sind auch noch dabei. Wir sind das Komitee Nummer 3. Okay, gibt's noch mehr? Gut, das sollte reichen. Warum bist du überhaupt hier im Wolkenland? Naja, ich soll ein Anführer sein, aber ich weiß nicht genau wie. Warum führst du nicht einfach unsere Welt an? Okay! Jeder spielt zufrieden im Wolkenmeer. Und Regenbögen überall, schaut doch nur her. Wir alle haben eine himmlische Zeit zusammen. Jeder sitzt auf seiner Wolke und muss niemals wagen. Wir sind mit einem Blumenstrauß und lach dabei. Hörf ihn auf die Bühne, ist die Aufführung vorbei. Die Lieder, die wir singen, haben wir so lieb. Wir schicken sie zu dir hinab mit nem kleinen Lied. Drum komm doch in das Wolkenland, es dauert nicht lange. Bring Hafentrommeln, Flöten mit oder einfach einen Topf und Pfanne. Ja, wir finden dieses Tänzchen einfach wunderbar. Und wir sind immer für dich da. Ui! Hihi! Kack!